Star Citizen Hintergrund Und mehr Informationen zur Technik, zur Community und der Entwicklung von Star Citizen. Heute übersetze ich euch das Star Citizen Live, wo es um Alpha 3.15 geht und die weitere Entwicklung von Star Citizen in der nächsten Zukunft. Dann habe ich auf Reddit eine Frage gefunden eines Users, der wiederum einen Lumberyard-Rant auf Twitter gefunden hat und sich fragt, was hat das für eine Auswirkung auf die Entwicklung von Star Citizen gehabt oder hat vielleicht auch noch. Und darauf hat Chad McKinney geantwortet und wo wir dann gerade bei Chad McKinney sind, ich habe ein Interview gefunden vom YouTube-Kanal Gamedev Breakdown, der die beiden McKinney-Brüder, das sind Zwillinge, tatsächlich interviewt hat. Und das fand ich ganz interessant und wollte euch das auch vorstellen. Ja, und dann haben wir noch das Inside Star Citizen, das aktuelle, wo es um die Mining-Gadgets noch einmal geht und wir einen Sprint-Report erhalten. Und zum Ende dieser langen Sendung gibt es natürlich auch noch einen Kommentar von mir. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Starten tue ich heute mit dem Star Citizen Live Alpha 3.15, wo zum letzten Mal Rich Tyra hier in der Sendung dabei sein wird, weil der wechselt, wie wir auch schon vor gar nicht allzu langer Zeit, zwei, drei, vier Wochen gelernt haben, in das Squadron 42 Entwicklungsteam, um dort die Weiterentwicklung entsprechend zu verantworten. Er hat zwar auch noch ein Auge auf Star Citizen, aber das wird nur noch eine seiner Nebentätigkeiten sein. Gehen wir also durch die Fragen durch. Hierzu die Antwort. Bis auf Weiteres ist die Nutzung des Multitools mit Tractor Beam und Medical Gun Aufsatz systemisch unterbunden worden. Todd, Tony, Rich und Chris haben sich dann hingesetzt und besprochen, wie sie mit solchen Szenarios umgehen werden. Natürlich ist es das Endziel, keine Green Zones, keine waffenfreien Zonen mehr zu haben, sondern ein System, das sich sozusagen selbst heilt und steuert und durch Gesetze und KI-NPCs solch ein Gebaren, wie wir es in PTU 3.15 zuletzt erlebt haben, zu unterbinden. Tatsächlich hat man darüber nachgedacht, den Spielern zu erlauben, ihre Waffen in den Landezonen zu nutzen gegen Kriminelle. Aber nach diesen Vorkommnissen mit Spielern, die sich einen Spaß daraus gemacht haben, Mitspieler zu betäuben und auszurauben, wollte man nicht noch mehr Öl ins Feuer kippen und hat ergo von dieser Idee wieder Abstand genommen. Aktuell aber und auch mittelfristig wird es so bleiben wie in 3.14, das heißt, dass es waffenfreie Zonen und somit sichere Zonen geben wird, in denen keine Waffen oder Medical Guns gegen andere Spieler genutzt werden können. Madpens und Medical Guns an sich selber wird man aber auch in diesen Zonen weiterhin nutzen können, damit man nicht womöglich auf dem Weg zum Krankenhaus seiner schweren Verletzung erliegt. Wird das Inventarsystem es den Mitgliedern einer Gruppe ermöglichen, Gegenstände, die in einem Schiff gelagert werden, gemeinsam zu nutzen oder wird das erst später mit den aktualisierten Gruppen- bzw. Orgasystemen kommen? Das ist das Ziel für den weiteren Verlauf der Entwicklung. In der aktuellen ersten Iteration mit dem lokalen Inventar wird das nicht möglich sein. Heißt für 3.15, wenn Spieler A in das Schiff von Spieler B geht und dort das Schiffsinventar öffnet, wird Spieler A nur sein Inventar sehen, nicht das Inventar von Spieler B. Und genauso auch umgekehrt wird Spieler B im Schiffsinventar nicht die Gegenstände von Spieler A sehen können. Das wird sich erst ändern, wenn die Übergangslösung namens lokales Inventar ersetzt wird durch das Physical Inventory, durch das physische Inventar mit der vollen Persistenz, was dann die Speicherung der Entitätsdaten in Schränken, Schubladen, Frachträumen, Lagerräumen usw. ermöglichen wird. Momentan können wir keine Schiffskomponenten transportieren. Insofern wird es sehr mühsam sein, jedes Schiff mit besseren Schilden und Quantumantrieben auszustatten. Warum ist das so? Kurz gesagt, weil das Inventarsystem, was auch hier der Ausgangspunkt ist, von vielen Fachbereichen CRGs abhängig ist. Etwas weiter ausgeholt wird die VMA, die Vehicle Manager App, wie wir wissen, abgeschafft und durch eine Art Hangar Manager App ersetzt werden, die im Patch übrigens 3.17 aktuell auf der Roadmap zu finden ist. Mit dieser Hangar Manager App kann man dann jede Entität zwischen Hangar, Lager, Frachtraum und dem Schiff in diesem Hangar hin und her tauschen. Hier fallen also Arbeiten von Teams an, die am Hangar, an den Schiffen, am Inventar und auch am Backend arbeiten. Und die haben alle unterschiedliche Prioritäten, sodass es schwierig ist, solch eine bereichsübergreifende Mechanik zu entwickeln und zu implementieren. Jetzt hat man erstmal den ersten Schritt getan mit der Eliminierung des globalen Inventars, mit dem alles überall jederzeit verfügbar gewesen ist. Die Hangar App und somit auch das Transportieren und Verwalten von Komponenten kommt dann in einer späteren, nicht genannten Zukunft. In Bezug auf Nicknacks, was passiert mit Gegenständen, die von einem anderen Spieler gestohlen werden? Werden sie weiterhin in der App des ursprünglichen Eigentümers angezeigt oder werden sie in die Liste des neuen Spielers verschoben? Diese Objekte werden in die Liste des anderen Spielers verschoben, der diese Gegenstände gestohlen hat. Wenn Spieler A eine Waffe fallen lässt und Spieler B diese an sich nimmt, taucht die Waffe entsprechend in der App von Spieler B auf und nicht mehr in der von Spieler A. Später wird es Markierungen geben, ob dieser Gegenstand legal erworben wurde oder beispielsweise gestohlen wurde. Im Moment bleibt es aber erst einmal bei der einfachen Lösung. Man hebt etwas auf und das gehört einem dann. Darauf aufsetzend, was passiert beim Looten von Gegenständen, die der Eigentümer mit Echtgeld gekauft hat oder über das Subscriber-System erhalten hat. Ja, in 3.15 sind diese Gegenstände schlicht weg. Und für den Spieler, der diese Gegenstände im Account hat, ergo mit Echtgeld erworben hat, im Spiel nicht mehr verfügbar. Im Account sind sie natürlich aber weiterhin und mit Release vom nächsten Patch, in diesem Fall 3.16, werden all diese Gegenstände des betreffenden Spielers auch wieder ingame für den Besitzer vorhanden sein. Das Langzeitziel ist es, diese speziellen Kaufobjekte mit dem Spieler quasi zu verknüpfen, sodass man auch im Falle des Verlustes diese Gegenstände wieder zurück erhalten kann. Aber das soll nicht im Sinne einer Versicherung passieren, weil CRG sonst befürchtet, dass die Spieler Mittel und Wege finden, ihre Gegenstände durch Exploits zu vervielfachen. Vielmehr soll es sich am echten Leben orientieren. Beispielsweise wird mein Auto gestohlen. Und kurze oder lange Zeit später wird es irgendwo gefunden, von der Polizei registriert und dann bekomme ich Bescheid, dass es gefunden wurde und dass ich es abholen kann. So ähnlich stellt sich CRG die Systematik hinter diesen Objekten vor, die mit Echtgeld gekauft wurden und Bestandteil des Accounts sind. Man wird sie wiederbekommen können, aber das passiert nicht sofort und auch nicht mittels Mausklick des Spielers auf irgendein Terminal, sondern basierend auf einer Entscheidung bzw. Berechnung des Systems. Wie gesagt, das ist die Idee. Bis zur Umsetzung gibt es noch jede Menge Fragen zu beantworten und es wird noch einige Zeit ins Land gehen, bis man sich diesem Thema annähert. Bis dahin, wie gesagt, werden euch diese Gegenstände aktuell geklaut oder gehen sonst irgendwie verloren, sind sie innerhalb eines Patches weg. Im nächsten Patch dann aber wieder da. Im PTU Alpha 315 ist es fast unmöglich, seine Leiche zu finden, wenn man gestorben ist. Wird es eine Markierung geben, um seine Leiche oder die Ladung eines Schiffes, seines Schiffes zu finden, wenn das explodiert ist? Nun, CRG versucht, solch eine Markierung mit aufzunehmen. Es steht auf der To-Do-Liste. Solch ein System ist aber komplex. Komplexer, als es uns erscheinen mag und sehr fehleranfällig, weshalb man das im Vorbeigehen nicht mal eben so umsetzen kann. Die Problematik ist aber CRG bekannt und sie denken über eine Lösung nach. Höchst wahrscheinlich wird das im ersten Schritt eine Mission sein, die systemisch erstellt wird, die dann mit einem Missionsmarker verbunden ist, sodass man seine Leiche und somit sein Hab und Gut wiederfinden kann. Warum sterben wir so oft, wenn wir eine Treppe hinunterfallen oder vom Wind umgeworfen werden, anstatt dass wir nur in einen Downstate gehen? Grundsätzlich der Grund, warum wir sterben, liegt einfach daran, dass wir extrem viel physischen Schaden einstecken. Es ist wie folgt. Wenn wir den Schadensbereich des Downstate überschreiten, dann sind wir tot. Ich ergänze, AD&D-Spieler kennen das vielleicht, dass man ab 0 Lebenspunkten nicht tot ist, sondern zuerst handlungsunfähig, aber noch in der Lage, geheilt zu werden. Tot ist man dann ab minus 10 Lebenspunkten. So in der Richtung funktioniert es mit Star Citizen und dem Downstate, an dessen Ende der Punkteskala dann erst das Ableben steht. Bei Star Citizen ist aktuell die Kollisionsabfrage das Problem, verbunden meist mit einem Desync. Fallen wir also die Treppe runter oder stoßen mit einem Trolley zusammen, erhalten wir in Millisekunden immer wieder Schaden. Haben wir dann einen Desync, von wenigen Sekunden kumulieren sich diese Kollisionsschäden in unglaubliche Höhen. Richard Tyra hat sich dieses Phänomen angeschaut und dabei festgestellt, dass in kürzester Zeit durch die Kollisionsabfrage bis zu 80.000 Schadenspunkte am Spieler-Avatar berechnet werden. Eine Lösung hat man dafür aktuell noch nicht. Es sind sehr komplexe Probleme mit vielen Zusammenhängen, die analysiert und dann Lösungsansätze herbeigeführt werden müssen. Ein ähnliches Problem hatte man vor einigen Jahren mit Hornets, die plötzlich ohne Kollision, ohne Kampf, ohne irgendeine Berührung mitten im Flug explodierten. Aber nicht alle Hornets. Nach langer und intensiver Suche fand man heraus, dass es nur Spieler betraf, die eine Taschenlampe ausgerüstet hatten. Warum? Die Taschenlampe glitschte am Spieler-Avatar hin und her und schlug im Millisekundentakt im Cockpit-Innenraum gegen die Hülle des Raumschiffs. Das hat sich über relativ kurze Zeit zu einer Schadenshöhe kumuliert, der dann das explodierende Aus für die Hornet bedeutete. Inzwischen kennt CIG dieses Problem, sodass man an Lösungen arbeiten kann. Bei Rampen zum Beispiel, wenn die im gelandeten Zustand des Raumschiffs ausgefahren sind, kann es passieren, dass die Rampe immer wieder unmerklich mit dem Boden, auf dem das Raumschiff steht, kollidiert, sodass es irgendwann scheinbar ohne ersichtlichen Grund explodiert. Wie plant CIG mit zufälligen Todesfällen umzugehen, jetzt wo es Konsequenzen gibt? Zum Beispiel, wenn wir zufällig durch die Map fallen, in einem Sitz oder Lift stecken bleiben und so weiter. Verlust von Gegenständen durch zufällige Explosionen mitten im Quantum. Die Liste ist lang. Und mit Alpha 315 haben wir nur noch die Möglichkeit, unseren Account zurückzusetzen. Nun, das ist das Ergebnis dessen, dass man Spieler ein Spiel spielen lässt, das eigentlich noch gar kein Spiel ist, weil es sich mitten in der Entwicklung befindet. Zur Lösung arbeitet CIG an einem Server-Crash-Recovery-System, das es CIG auch erlaubt, im Zusammenhang mit einem ausgefallenen Server gecrashte Clients wiederherzustellen. Vielleicht hilft das, vielleicht auch nicht. CIG wird sich das anschauen und sich Lösungen erdenken. Das Problem ist aber doch, würde CIG nie ein Feature ins Spiel implementieren, weil sie Sorge haben, dass das zu Problemen oder Crashes führt, dann würden sie niemals im Leben ein Spiel veröffentlichen. Alles. Evocati, PTU und auch PU dient nicht vorrangig zum Spielen, sondern zum Testen, zum Datensammeln, zur Analyse, Fehlererkennung, teilweise Bereinigung, aber vor allem der weiteren Spielentwicklung. Star Citizen in seinem Alpha-Status ist eine spielbare Testumgebung. Aber so ein ultrakomplexes Vorhaben wie Star Citizen würde nie veröffentlicht werden können, ohne das Feedback und die Fehlerberichte der spielenden Community. Was ist das Server-Crash-Recovery und warum ist das für Alpha 315 wichtig? Kurz gesagt, wenn der Server ausfällt, mussten die Spieler bislang, wenn sie sich anschließend wieder anmeldeten, ihr Schiff im Aesop-Terminal reclaimen, um es zurückzubekommen. Im Grunde genommen erhielten die Spieler ein brandneues Schiff. Aber es war nicht das Schiff, mit dem ihr vor dem Crash geflogen seid. Es war also alles, was ihr darauf hattet, zum Beispiel die Komponenten, Fracht, alles war weg. Beim Server-Crash-Recovery, also der Wiederherstellung nach einem Server-Absturz, passiert im Wesentlichen Folgendes. CRG führt Heartbeats durch, also Account-Abfragen im Sekundentakt, um den Zustand eures Schiffes zu bestimmen. Wenn der Server dann ausfällt und ihr euer Schiff reclaimt, wenn ihr euch wieder anmeldet, wird es tatsächlich das Schiff sein, das beim letzten Heartbeat aufgezeichnet wurde. Ihr würdet also tatsächlich das Schiff zum Zeitpunkt vor dem Crash zurückbekommen und wahrscheinlich auch in 99% aller Fälle zum Beispiel die Fracht an Bord, Inventar, Komponenten und so weiter. Wenn ihr also alle Rüstungen und Dinge in das Schiffsinventar gelegt habt, dann bleibt das alles erhalten. Wenn der Server crasht und ihr euch wieder einloggt, solltet ihr in der Lage sein, euer Schiff anzufordern und es wird das Schiff sein, das ihr geflogen seid. Der Intervall des Heartbeats, das ist hier der Knackpunkt, also die vermeintliche Sekundenabfrage. Es wird nicht jede Sekunde sein, das stellt Jared hier noch einmal klar. Wenn man von jedem Spieler weltweit zu jeder Sekunde den Accountstatus abfragen würde, dann hätte das eine nicht mehr zu handhabende Datenexplosion zur Folge. Insofern bedeutet Heartbeat eine Abfrage innerhalb eines Zeitintervalls. Die Länge dieses Intervalls, den Abstand zwischen den einzelnen Abfragen, den muss CLG sich im Laufe der Zeit noch erschließen. Es kann also sein, dass man gerade etwas gekauft hat und der Server crasht noch vor dem nächsten Heartbeat und dann ist das gekaufte Objekt oder Schiff mitsamt dem Geld dann doch verschwunden. Bevor ihr jetzt alle Schnappatmung bekommt, das ist alles eine Interimslösung, solange die volle Persistenz noch nicht entwickelt und implementiert ist. Mit der vollen Persistenz soll zu jeder Zeit der Status quo gesichert sein und die Heartbeat-Quicksave-Funktion nicht mehr nötig sein. Welche Änderungen wird es bei Planeten geben? Gibt es bemerkenswerte Änderungen am Wetter oder an den Oberflächen der Planeten und Monde? Nun, nicht so offensichtliche Änderungen, aber es gab einige technische Änderungen, die die Asset-Verteilung innerhalb der Biome optimieren. CLG ist sich bewusst, dass einige visuelle Elemente aktuell fehlen und das Art-Team arbeitet fieberhaft daran, diese fehlenden Assets zurück ins Spiel zu bekommen. Das möchte ich noch ergänzen. Wolken werden wir in diesem Patch noch nicht bekommen und selbst die Wolken im Arena-Commander sind aus Performance-Gründen erstmal wieder entfernt worden. Was sind eure bisherigen Eindrücke vom PTU? Generell ist der Eindruck entstanden, dass die Spieler glücklich sind mit den neuen Features und dem Heilungsgameplay. Auf das Inventar allerdings schauend, hat das bei CLG für einiges Kopfzerbrechen gesorgt. Hier gab es große Probleme, unter anderem mit den Timings und den Reaktionszeiten. Rich erzählt von einem Fall, wo der Wechsel eines Helms 89 Minuten gedauert hat. Auch die Skalierung der Objektgrößen hat nicht funktioniert. Sah ein Helm bei einem Spieler mit einer 1080p-Auflösung noch in Ordnung aus, war er bei einem anderen in 4K spielendem Citizen plötzlich fünfmal so groß. Diese Problematik sorgte dafür, dass Spieler mit High-End-PCs und großen Auflösungen quasi stundenlang durch ihr Inventar scrollen mussten. Das ist natürlich kein Spaß. Und so hatte CLG mit einigen wirklich heftigen Fehlern zu kämpfen, die arg an der Spielerfahrung gezehrt haben. Hinzu kamen fehlende Bedienelemente, die jetzt aber nach und nach hinzugefügt wurden, wie zum Beispiel Filter und Sortierfunktionen und auch Interaktionspunkte am Spieler-Avatar. Es wird noch Tooltips und Vergleichsinformationen geben, sodass man zum Beispiel darauf hingewiesen wird, dass man Magazine passend zur ausgerüsteten Waffe ausrüsten sollte. Neben diesen technischen Herausforderungen beim Inventar aber ist man zuerst einmal glücklich, dass die Spieler das Medical- und Heilungsgameplay so gut annehmen und viel Spaß beim Ausprobieren der Medikamente und der Gameplay-Mechanik haben. Jetzt wird erst einmal längerfristig beobachtet, wie die Spielerschaft insgesamt damit umgeht. Es wird analysiert und aufsetzend auf den Ergebnissen die Gameplay-Mechaniken dann weiter iteriert. Im Moment ist ein gebrochenes Bein in Clasher so etwas wie ein Todesurteil. Was werdet ihr dagegen tun? In Alpha 315? Nichts. Aber später wird es Heilungseinrichtungen auch in Gefängnissen geben. In Alpha 315 kommen alle Rüstungen, Waffen und so weiter in das Schiffslager. Waffenständer werden separat gehandhabt und Rüstungsspinde können gar nicht verwendet werden. Warum ist das so? Das hängt mit dem persönlichen Inventar zusammen. Aktuell haben wir die erste Version, die sogenannte Tier 0, die Tier 0 Iteration im Spiel. Die nächste, Tier 1 Iteration, bedeutet, dass das lokale Inventar entfernt und durch das physische Inventar ersetzt wird. Und das ist der Punkt, an dem Waffenständer, Spinde und alle Aufbewahrungsmöglichkeiten genutzt werden können. Rüstungsspinde dienen dann übrigens als Ausrüstungsspeicherpunkte. So hat man dort seinen definierten Exploration-Anzug, seinen Erkundungsanzug, seinen Kampfanzug und so weiter. Wenn man derzeit Rüstungen oder Waffen looten will, muss man im Grunde alles, was man bereits ausgerüstet hat, fallen lassen. Zu seinem Schiff laufen, sich ausziehen und nackt zurücklaufen, um dann den Rest zu looten oder seine Ausrüstung zu holen. Wird es Verbesserungen geben, damit Rüstungen und Waffen in Rucksäcke passen? Das Ziel ist es, ein glaubwürdiges System zu schaffen. Heißt, dass man nur das mitnehmen kann, was man hinsichtlich Gewicht und Maßen auch tragen kann und oder für das man Taschen hat, die genügend Raum bieten. Insofern wird man im Zweifelsfall mehrmals laufen müssen. Alternativ kann man die Leiche seines Begehrens zu seinem Raumschiff zerren oder bequem mit dem Traktorstrahl tragen. Später wird es weitere Möglichkeiten geben, zum Beispiel Trolleys. Zusammenfaltbare Objekte übrigens wie zum Beispiel Hosen oder Kleidung generell sollen vergleichsweise geringe Mikro-SCU-Werte haben, um dem Aspekt des Zusammenfaltens oder Zusammenknüllens Rechnung zu tragen. In Alpha 315 haben wir neue Startorte und es gab Anfragen, ob Grimhex als Spawnpunkt, als Startort hinzugefügt werden soll. Werden wir Grimhex in Zukunft als Startort, als Heimatort wählen? Nun, das ist noch in Diskussion. Leider fehlt es nämlich Grimhex an einigen notwendigen Einrichtungen, die erst hinzugefügt werden müssten. Man sieht die Outlaws und ihre Bedürfnisse bei CRG auf jeden Fall, aber theoretisch ist es ja auch so, dass man nicht sofort als Krimineller startet, sondern zum Kriminellen wird. Aber wie gesagt, überlegt sich CRG Lösungen dazu. Mit den Änderungen in 315 verliert man alle Gegenstände, die man hatte, wenn man stirbt. Das ist toll für das Looten, aber wie kann man verhindern, dass Spieler sich zur Rettung schnell ausloggen und wieder einloggen, um den Verlust von Gegenständen zu vermeiden? Das ist eine gute Frage. CRG sucht die Lösung darin, dass Spieler, obwohl sie sich ausgelockt haben oder per Alt-F4 im Ninja-Log-Stil gerettet haben, im Spiel selbst mit Schiff und Avatar noch weiterhin eine bestimmte Zeit existent sind. So möchte man verhindern, dass Spieler das Ausloggen als Exploit zur Rettung nutzen können. Man sollte sich also dann zum Ausloggen in einer wirklich sicheren Umgebung befinden. Ob das bereits in Alpha 315 umgesetzt wird, ist nicht mit Sicherheit zu sagen, aber in zukünftigen Patches wird das sicherlich kommen. Die Sicherheitskräfte in Orison sind derzeit unbewaffnet, was bedeutet, dass sie sich handlungsunfähig gegenüber Spielern mit Crime-Stat zeigen. Wird Orison irgendwann bewaffnete Sicherheitskräfte bekommen? Ja, absolut, das wird gerade gefixt. Jetzt, wo das Medical Gameplay und Death of a Spaceman mit 315 langsam ins Spiel kommen, denkt ihr, dass es angesichts der vielen Bugs und der hohen Wahrscheinlichkeit an diesen Bugs, anstatt durch andere Spieler zu sterben, dass es ein guter Zeitpunkt ist, diese Spielmechanik zu implementieren? Und wie denkt ihr, wirkt sich das alles auf das Interesse der Spieler auf Star Citizen aus? Hier stöhnt Richard ein bisschen, weil er sagt, das habe ich doch schon beantwortet. Star Citizen besteht aus großen und komplexen Systemen, die irgendwann ins Spiel kommen müssen. Würde CRG das nicht tun? Wie sollen sie diese Systeme weiterentwickeln und vor allem Fehler finden? Es handelt sich bei Star Citizen um ein Spiel in Entwicklung. Und das PU ist unter dem Strich immer noch eine Testumgebung. Natürlich versucht man, Fehler zu finden und zu bereinigen, aber es darf auch nicht die Entwicklung des Spiels hemmen. Es muss eine gute Balance zwischen Fehlerbereinigung und Spielentwicklung gefunden werden. Gibt es in Lootboxen auch super duper seltene Gegenstände? Es gibt Dinge in Lootboxen, die da nicht sein dürften, das zugegeben, aber das ist eher ein Fehler. Aber natürlich wird es Gegenstände auch geben später, die nicht in Shops zu kaufen sind. Die Absicht ist, dass man seltenere Gegenstände darin finden kann, aber in 3.15 ist das noch nicht der Fall. Mit Ausnahme des ersten Punkts, dass teils Gegenstände darin sein können, die da eigentlich gar nicht reingehören. Aber grundsätzlich möchte CRG die Spieler motivieren, das Verse zu erkunden und seltene Gegenstände in Lootboxen sind eine dieser Motivationsmittel. Werden wir neben Rucksäcken auch andere gemeinsam nutzbare Frachtbehälter erstellen können, also wirklich selber bauen können, wie zum Beispiel Munitionskisten, medizinische Vorratskisten oder Kisten mit Essen und Getränken? Aktuell ist das nicht der Fall und auch nicht in Entwicklung oder Überlegung, aber man wird spezifische Behälter kaufen können. Nicht in 3.15, aber in einem der Folgepatches, um so Ordnung in sein Schiffsinventar bringen zu können, indem man dann eine Munitionskiste hat, eine Medical-Kiste, eine Kiste für Essen und Trinken und so weiter. Gibt es kurzfristige Pläne, eine Option zum Versenden respektive Übertragen des Eigentums an Gegenständen über die Nicknex-App hinzuzufügen? Nicknex ist keine Handels-App und soll es auch nicht werden. Dafür wird es eine gesonderte App geben. Darüber kann man dann Eigentum übertragen. Aber auch das ist eher ein Langfristziel. Könnt ihr exakt sagen, wie die zukünftige Interaktion zwischen Lagerräumen, Deckenfächer, Kisten, Waffenständer und dem Inventarsystem aussehen wird? Viele Citizens scheinen zu glauben, dass das derzeitige Magic-Toy-Box-Ship das magische Spielzeug-Kistenschiff eine Endgame-Vision ist. Das Magic-Toy-Box-Ship ist ein Platzhalter, definitiv. Das Ziel wird immer sein, wie zuvor bereits wiederholt erklärt, das Physicalized Inventory, das physische Inventar, ins Spiel zu bringen. Wir haben das Inner-Thought-System, was dem Management unserer eigenen Gegenstände an unserem Körper, in unserem Rucksack dient. Und wir haben das externe Inventar, mittels dessen wir mit den Kisten, Schränken, Waffenständern der Spielwelt interagieren können oder interagieren können werden. Und das, was wir sehen, anfassen und bewegen können in der Welt, das wird durch das physische Inventar verwaltet. Alles andere, was heute oder auch vielleicht in näherer Zukunft kommen wird oder könnte, das wird immer ein Platzhalter sein, auf dem Weg hin zu diesen skizzierten Endzielen des physischen Inventars und des externen Inventars. Ist das, was wir aktuell haben, das endgültige UI, also Benutzeroberfläche für das Inventar- und Loot-System? Uh, endgültig ist ein gemeines Wort. Aber nein, es ist die erste Iteration und wird weiterentwickelt werden. Das sei am Rande erwähnt. In Zukunft wird es keine Tier 0, also keine Tier 0 Implementierung mehr geben, sondern es wird von nun an immer mit Tier 1 gestartet, was aber nichts am Prozess ändert, sondern lediglich die verwirrende 0 eliminiert. Wie tief wollt ihr in den Hardcore-Survival-Kaninchenbau vordringen? Ihr wollt, dass wir mit anderen spielen, erzwungenes Multi-Crew als Stichwort, aber ihr fügt ständig Systeme hinzu, die mir noch mehr Angst machen, anderen Spielern zu vertrauen. Hm, in gewisser Hinsicht ist es ein Fels in der Brandung oder ein Ort des Herzens, fängt Richard an zu erklären. Er ist der Meinung, dass man nur gemeinsam stark ist, aber das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass man mit anderen Leuten zusammenspielt und dass man sich gegenseitig hilft und vertraut. Aber um diese Frage konkret zu beantworten, CRG hat das Acta-Status-System, was Essen und Trinken angeht. Sie wollen, dass sich das Spiel um Ressourcen dreht, die die Spieler sammeln können. Natürlich auch um Homesteads, um Gehöfte. Und diese Homesteads werden Bereiche sein, in denen man seine eigenen Sachen lagern kann. Und natürlich werden wir Raids, Raubzüge und Piraten und all diese Dinge haben. Chris Roberts hat eine Vision im Kopf, wie er sich Star Citizen vorstellt. Natürlich gibt es Elemente von Spielen wie Valheim, Tarkov und Rust, die man mit Survival assoziiert, aber Star Citizen ist sein eigenes Spiel. Und es wird seine eigenen Grenzen setzen, wie es diese Mechaniken ausführt. Ein gutes Beispiel ist das Essen und Trinken. Im Vergleich zu anderen Survival-Spielen ist CRG beim Essen und Trinken äußerst entspannt. Es dauert etwa, wenn wir uns irgendwo ins PU stellen und nichts tun, 10 bis 12 Stunden, bevor man etwas essen und trinken muss. Wenn man ARC spielt, muss man gefühlt alle 5 Minuten essen. CRG möchte diese Mechanik haben, aber in jedem Fall mit eigenen Gesetzen. Es ist schwer, darüber zu sprechen, weil CRG im Grunde noch dabei ist, all diese Mechaniken erst mal zu entwickeln. Und am Ende wird das Balancing die Antworten diktieren. Wirklich diktieren. Denn wie hardcore will CRG sein? Richard bräuchte nur 5 Minuten, um alle Daten zu ändern und zu sagen, hey, ihr müsst jetzt alle halbe Stunde trinken. Aber das ist nicht das Spiel, das CRG will. Sie wollen ein Spiel, das realistischär ist, was wahrscheinlich das einzige passende Wort ist. Ein Spiel, das mit der avisierten Star Citizen-Erfahrung korrespondiert, das einem das Gefühl vermittelt, ein Weltraumforscher draußen im Worst zu sein, mit all seinen Gefahren, mit seinem Schiff und all diesen verschiedenen Funktionen, unter anderem Betten. Weshalb CRG irgendwann möchte, dass Spieler müde werden. Oder auch mit Duschen, weshalb CRG den Hygieneaspekt im Spiel haben möchte. Ebenfalls Teil des Acta-Status-Systems, das man dann irgendwann auf der Roadmap findet. Es gibt so viele Dinge, die CRG entwickeln und ins Spiel bringen möchte. Und darauf werden sie sich Schritt um Schritt zu bewegen. Der wichtigste Kernsatz, die Philosophie, die Chris Roberts ausgegeben hat, ist, Ihr bringt es an den Punkt des höchstmöglichen Realismus und dann bringt er es wieder zurück an den Punkt des Spaßes. Soweit zum Star Citizen Live. Sehr, sehr interessante Informationen und Beiträge darin und auch einfach Hinweise, die ich einfach essentiell wichtig finde und die man gar nicht oft genug betonen kann. Es nützt nichts, über Fehler zu fluchen, über ein Programm, Programm, ich will das jetzt nicht Spiel nennen, was sich noch mitten in der Entwicklung befindet. Ich finde es schon ein Wunder, dass es überhaupt so spielbar ist bei einem System, bei dem viele Backend- und Kernmechaniken noch in der Entwicklung sind. Und wenn ihr einfach genervt seid und euch über Fehler aufregt, dann kann ich immer nur wiederholen, das mache ich auch, macht einfach eine Pause. Wartet ein halbes Jahr oder wartet ein Jahr und dann kommt ihr zurück und schaut euch den Status an. Es wird immer genügend Spieler geben, die sich im PU bewegen und dort Daten sammeln für CRG und auch Reports schreiben. Also niemand ist gezwungen, das Spiel zu spielen und ein Spiel soll immer irgendwo Spaß machen. Und wenn ihr euch aufregt, wie gesagt, dann, ja, legt das Spiel zur Seite und macht etwas anderes, was Spaß bereitet. Interessant auch, ich hatte intensive Diskussionen mit so Hardcore-PVP-Lern, deren größtes Glück es ist, andere Mitspieler über den Haufen zu schießen, die sich Skripte schreiben, um NPCs von menschlichen Spielern zu unterscheiden, damit sie auch, ja, die menschlichen Spieler dann abschießen können. Und natürlich ist das Teil des Spiels, aber es wird immer Bereiche geben, die nicht eine hundertprozentige Sicherheit bieten, aber die eine 99- oder 98-prozentige Sicherheit bieten. Und da habe ich dann immer wieder als Feedback quasi in einer verhöhnenden Art zurückgemeldet bekommen, wie lächerlich das sei und dass man überall Spieler abschießen können wird und das gibt nichts, was CRG dagegen tun können wird. Ich behaupte, sie sagen zwar, dass es das Ziel ist, keine Green Zones zu haben, aber CRG wird immer einen sehr engen Kontakt und einen sehr genauen Blick auf die Spielerschaft und auf die Spielwelt haben. Wenn es irgendwo ausartet, dann werden sie den Hebel umlegen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Sie sind wirklich sehr dahinter her, dass nicht gecheatet wird. Übrigens finde ich, das Schreiben so eines Skriptes gehört auch schon in die Richtung von Cheaten. Sie werden auch dort Mittel und Wege sich vorbehalten, Spieler zu sperren, die eben Exploits nutzen oder eben cheaten und werden alles dafür tun, dass sie eine Welt erschaffen, in der alle Spieler ihren Spaß haben werden. Dieses verständnislose, teils Verhöhnende habe ich dann auch zurückbekommen, wo es um die Diskussion mit der Argo ging, wozu man denn so ein schwachsinniges Schiff brauchen würde. Nun ja, zum einen wird es gebraucht von den NPCs selber, um eben Schiffe im Orbit zu versorgen und zum anderen, ja, gibt es auch Spieler, habe ich inzwischen selber gelernt, die sich darauf freuen, einfach mal ein, zwei Kisten abends eine halbe Stunde vom Planeten in den Orbit zu fliegen und rumgekehrt, die gar nicht großartig Zeit und auch Lust haben, Exploration zu betreiben oder, ja, auch nicht zu kämpfen und so weiter, sondern die es einfach machen wollen. Kam natürlich auch wieder, naja, dann schieße ich die halt vom Himmel, hahaha, was für ein Spaß. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass CIG hier in gewissen Bereichen gemäß ihres Risikolevel-Systems einen Riegel vorschieben wird. Und dann eben verbunden die Frage, ja, was haben denn diese Singleplayer in einem Multiplayer-Spiel zu suchen? Die gehören hier doch gar nicht hin, die sollen dann Squadron 42 spielen. Das finde ich einfach sehr vermessen, weil Star Citizen sollte schon immer ein Spiel werden, was alle Spiele abholen soll. Und ich werde auch nicht müde zu betonen, dass das genau der Grund ist, weshalb ich damals für Star Citizen geplätscht habe, weil ich überhaupt kein MMOler bin. Ich bin überhaupt kein Multiplayer. Das mache ich sehr selten, beziehungsweise der Psych-Shot führt mich hier und da auch so ein bisschen hin in die Richtung. Aber so im Rahmen unserer gemeinsamen Spiele-Sessions, wo wir uns dann mal einen neuen Bild angucken, einen neuen Patch angucken. Aber im Grunde genommen gefällt mir diese Idee, mich in einem Multiplayer-Verse, in einem Multiplayer-Spiel zu bewegen, ohne Multiplayer spielen zu müssen, sondern wo es auch Bereiche gibt, in denen ich als Singleplayer unterwegs sein kann oder vielleicht meinetwegen auch zu zweit, aber auch die Möglichkeit zu haben, und das ist ja auch ein Punkt, der hier angesprochen wurde, anderen Spielern zu vertrauen, wo ich eben nicht ständig auf der Hut sein muss, dass mich der Nächste im Lift irgendwie zudruckt und dann ausraubt und so. Das ist einfach mega lästig. Und wie gesagt, ich bin da guter Dinge, dass CIG hier Mittel und Wege finden wird, die Welt so zu schaffen, dass es eben auch Bereiche gibt, wo man ein zivilisiertes Spiel führen kann und wo man nicht mit Spielern zu tun haben muss, deren einziger Spielzweck es ist, andere Spieler über den Haufen zu schießen. Da geht eben das Verständnis von Spielspaß doch sehr stark auseinander. Übrigens apropos Spielspaß, wie diejenigen von euch wissen, die mich etwas näher kennen, freue ich mich ja sehr auf das Personentransport-Gameplay. Stichwort Taxi. Und tatsächlich bin ich ganz beglückt, auf der Roadmap zu lesen, dass in drei 17 Taxi-Missionen kommen. Vielleicht kann man dann auch endlich mit der Origin 600i dort einen Sinn und Zweck verfolgen oder auch mit der 890 Jump, indem man eben Personen hin und her transportiert. Denn es wird ja verschiedene Bezahlungen geben, je nachdem, welcher Schiffsgrad gewünscht ist von den zu transportierenden Menschen und auch von der Entfernung, von dem Status. Ja, ich bin da sehr gespannt drauf und freue mich darauf, einfach KI-NPCs durch die Gegend chauffieren zu dürfen. Ist ja auch etwas, wo andere PvPler insbesondere die Nase rümpfen und sich am Kopf fassen, weil sie das einfach nicht verstehen, dass so etwas auch Spaß machen kann. Aber hier möchte ich auch werben, einfach für gegenseitiges Verständnis, einfach in beide Richtungen. Das ist einfach, dass ihr bitte akzeptiert, ja, ihr PvPler, dass es Menschen gibt, die da keinen Bock drauf haben und die trotzdem ein absolutes Recht haben, sich in Star Citizen zu bewegen und wo ich mich auch darüber freue, wie gesagt, dass CRG ein Auge darauf hat, dass auch solche Spieler ihre Bereiche haben, wo sie spielen können. Und genauso umgekehrt, dass wir uns nicht darüber aufregen, wenn wir irgendwo über den Haufen geschossen werden. Das sind dann halt die Gebiete, Stichwort Pyro, die hoch, also die höher Risiko-Level-Gebiete, anfangend ab zwei, drei, vier natürlich. Ja, wo wir dann eben eher mit mehreren Spielern unterwegs sein sollten, also den Multicrew-Aspekt dann eben auch berücksichtigen. Und da dürfen wir uns natürlich nicht aufregen, wenn wir über den Haufen geschossen werden. Bis dahin, bis das alles soweit ist, bis die ganzen Gameplay-Mechaniken im Spiel sind, das wird eben noch dauern. Ich habe mich ja immer mal so ein bisschen augenzwinkern geäußert, naja, Star Citizen 2025, höhöhö. Inzwischen denke ich eher, ja, Star Citizen 2030 und zwar ohne Augenzwinkern. Da wird noch viel Zeit vergehen, bis all die Mechaniken und das ganze Backend und so weiter steht, um dieses ultra komplexe Vorhaben, cheat-sicher und mit vernünftigen, mit einer vernünftigen Laufzeit-Performance und ohne D-Sync-Probleme und so weiter zum Laufen zu kriegen. Das ist nicht bis 2025 gemacht. Da glaube ich nicht dran. Das wird noch ein bisschen länger dauern. Ja, und bis dahin nicht aufregen. Wer sich aufregt, lieber eine Auszeit nehmen und einfach diesen Satz von Chris Roberts im Hinterkopf behalten. Das Spiel wird erst an den größtmöglichen Punkt des Realismus gebracht und dann wird es zurückgesetzt auf den Punkt des Spielspaßes. Und das finde ich eine super tolle Philosophie und ja, das ist einfach der Kernsatz für mich, nicht nur dieses Star Citizen Live, sondern eben der Entwicklung von Star Citizen und warum ich sehr überzeugt bin, dass alle Spielergruppen ihre Nische des Spielspaßes in Star Citizen finden werden. Ja, das wollte ich eigentlich am Ende des Videos sagen. Jetzt habe ich schon mal das als Zwischenfasit gezogen. Gehen wir weiter. Es gibt einige interessante Punkte noch zu betrachten. Und zwar habe ich auf Reddit einen Eintrag gefunden. Dort schreibt ein User, kann CRG angesichts der Probleme von New World und Lumberyard ein wenig Licht ins Dunkel bringen, wie sie einige der Probleme der Engine vermeiden wollen, weil Star Citizen ja, wie gesagt, auf der Lumberyard Engine aufsetzt. Ich habe kürzlich den Twitter-Post, schreibt er weiter, eines ehemaligen Entwicklers von Amazon Games gelesen, in dem es darum ging, wie schlecht die Arbeit mit CryEngine und Lumberyard war. So, und dann bin ich diesem Link, den er hier gepostet hat, gefolgt, um zu verstehen, was denn seine Bedenken sind. Und dort schreibt sehr umfangreich, sehr ausufernd ein Mensch namens Jorge Rodriguez. Und das werde ich auch hier kurz für euer Verständnis übersetzen. Zeit für eine Geschichte über die Geschichte der Netzwerkarchitektur von New World. Einige Zeit, bevor ich im Jahr 2016 zu Amazon kam, kaufte Amazon Games die CryEngine. Sie bauten dann zwei konkurrierende interne Engines darauf auf. Eine, die zu Lumberyard wurde und eine, die die Spiele-Teams verwendeten. Der Grund für diesen zweigleisigen Ansatz ist, dass Lumberyard im Grunde die gesamte CryEngine, die schrecklich war, durch neuen Code ersetzt hat. Aber die Spiele-Teams mussten sich an die Arbeit machen, um Spiele zu entwickeln. Also haben Crucible, New World und Breakaway einen Teil des bestehenden Codes von Double Helix verwendet. Dieser bestehende Code mit Namen GameCore ist nie ausgeliefert worden und wurde für ein anderes Spiel entwickelt. Er nutzte die CryEngine als untersten Layer, baute dann aber eine Replikationslogik darauf auf. Und ja, er war Client Authoritative. Client Autoritär. Da habe ich nachgeschaut, was bedeutet Client Authoritative. Im Wesentlichen bedeutet das, dass sich jeder Spieler in einem Online-Spiel auf die Berechnungen seiner eigenen Engine verlässt, also auf seinem eigenen PC, anstatt, dass das Spiel Online-Meldungen an den Spielserver sendet, um auf die Aktionen eines anderen Spielers zu reagieren. Aus diesem Grund kombinieren die meisten Online-Ego-Shooter-Titel, FPS, eine Client- und eine serverbasierte Architektur, um eine möglichst geringe Verzögerung der Aktionen zu ermöglichen, während die Spieler unglaublich schnelle und präzise Bewegungen ausführen können. Bei einem MMO wie New World fällt eine Client-basierte Architektur weniger ins Gewicht, da der gesamte Server sich darauf verlässt, dass der individuelle Client des Spielers dem Server sagt, was er zu tun hat. Aber das erleichtert natürlich das Schummeln, das Cheaten ungemein. Die autoritäre Server-Architektur hingegen ist ziemlich gut darin, die meisten Cheats und Cheat-Versuche zu stoppen. Aber wenn man hier schludert, wenn man hier also sich das Leben zu einfach macht, dann kann eine reine serverautoritäre Server-Architektur dazu führen, dass ein Spiel überhaupt nicht mehr auf die Eingaben der Spieler-Clients reagiert. Und bei Star Citizen, das ist mein Verständnis, haben wir eine rein serverautoritäre Architektur. Der Jorge Rodriguez schreibt weiter, Das Netzwerk von GameCore war ein einziger Müllhaufen. Ich habe mich einmal darin umgesehen, um zu versuchen, einen Fehler zu beheben und ich erinnere mich nicht an Einzelheiten, aber ich weiß noch, dass ich dachte, dass so ziemlich alles, was sie gemacht haben, das auf die schwierigste Art und Weise ist, wie man es überhaupt hätte machen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwo im Netzwerk-Loop eine rekursive Grafensuche durch Entitäten durchgeführt haben, um eine Abhängigkeit aufzulösen. Wie auch immer, es gab ein viertes Spielteam, das ihr wahrscheinlich nicht kennt, mit dem Namen Nova. Das Team wurde schließlich aufgelöst, aber sie haben GameCore nicht verwendet. Sie erkannten, dass es schwierig sein würde, auf GameCore aufzubauen, also entwickelten sie halb geheim ihr eigenes Entity-System und ihren eigenen Netzwerk-Layer und nutzten CryEngine, Lumberyard nur als Rendering-Schicht. Was den Netzwerk-Layer angeht, war die von Nova ziemlich gut. Es war nicht nur Server-autoritativ, sondern unterstützte auch Shafted-Servers, bei denen jeder Server für ein bestimmtes geografisches Gebiet zuständig war, seinen Clients aber trotzdem Informationen über Entitäten auf anderen Servern und Gebieten liefern konnte. Das war möglich, weil die Spielwelt sehr groß war. Übrigens ein interessanter Satz, den ich so auch bei Star Citizen sehe. Jedenfalls wurde dieses Team aufgelöst, aber sie hatten eine ziemlich coole Technologie entwickelt und so machten sich einige Leute von Nova auf die Suche nach einem anderen Team, das ihren Code übernehmen sollte. Crucible hatte eine Menge Probleme mit GameCore und seinem Client-Authoritative-Modell, also übernahmen sie den Code von Nova. Crucible hat etwa anderthalb Jahre damit verbracht, das gesamte Spiel unter Nova Net neu aufzubauen. Die Artists haben die ganze Zeit in einem anderen Bereich gearbeitet und die Designer hatten ein Jahr lang nichts zu tun. New World stand vor der Entscheidung, ob sie zu Nova Net wechseln sollten. Ich war nicht bei New World und kenne die Details nicht, aber ich kann es ihnen wirklich nicht verübeln, dass sie sich entschieden haben, den Schmerz von Crucible nicht zu teilen. New World als Spiel wurde schon einmal von Grund auf neu aufgebaut. Es war ursprünglich weniger ein MMO als vielmehr ein Rust-ähnliches Spiel und eigentlich hätte Crucible gecancelt werden sollen, anstatt es neu zu entwickeln. Ich meine, bevor es dann tatsächlich gecancelt wurde. Wenn man vor der Wahl steht, Millionen Dollar auszugeben, um ein Spiel um ein oder zwei Jahre zu verschieben oder die Client-Authoritative Bugs zu akzeptieren, dann fällt es ziemlich leicht, sich zu sagen, okay, aber lass uns ganz, ganz vorsichtig sein. Die Wurzel, die Ursache des Problems hat nichts mit Entscheidungen zu tun, die jemand für New World getroffen hat. Die geben ihr Bestes mit den Mitteln, die sie bekommen haben und es sieht so aus, als ob sie ihre Sache am Ende doch ziemlich gut machen. Die Hauptursache, meine persönliche Meinung, ist, dass die neue Führung von AGS, von Amazon Game Studios, die wenig Erfahrung mit Spielen hatten, keine Erfahrung mit den Risiken hatte, die mit der Wahl von schlechter Technologie für die Entwicklung von Spielen verbunden sind und dass sie ihre Technologie nicht verstanden und nicht, zuletzt nicht, auf die Warnungen der erfahrenen Entwickler gehört hat. Es wurde schon oft erzählt und wieder aufgewärmt, aber es liegt vor allem an Mike Frazzini, VP of Games. Seine Einstellung war, dass wir Probleme dieser Code-Basis iterativ lösen können. Eine Einstellung, die in der Welt der Microservices von AWS funktioniert, aber nicht bei Spielen. Eine Geschichte darüber, wie ahnungslos Frazz in Bezug auf dieses Thema war. Wir waren auf einer Freitags-Bier-Party zu der Zeit, als Crucible Novanet einführte und Frazz war begeistert davon und sagte mir so etwas wie Das ist eine sehr coole Technologie, sie hat einen großen neuen Wertbeitrag. Es schien, als ob er Novanet in ein neues Produkt ausgliedern wollte oder so. Ich wollte antworten, Mr. Frazzini in Novanet gibt es nichts, was es nicht schon seit Quake World im Jahr 1997 gegeben hätte. Aber ich sah unseren Studio-Director an, einen sehr klugen Mann, und der sagte nichts. Also lächelte ich. Wie auch immer die Antwort auf die Frage, wie schreibt ein milliardenschweres Unternehmen, das im Jahr 2021 Spiele entwickelt clientgerechten Code lautet Spieleentwicklung ist sehr kompliziert. Bitte sei nett und geduldig mit dem New World Team. Sie versuchen seit etwa acht Jahren dieses Problem zu lösen. Um das klarzustellen, als ich sagte, ihr Code sei client-authoritative, war das etwas ungenau. Sie haben ihr Spiel auf einer Engine aufgebaut, die es erlaubt, client-autoritativen Code zu schreiben. Aber ich bin mir sicher, sie schreiben ihren Code Server autoritativ. Aber manchmal werden Fehler gemacht. Das ist etwas anderes, als wenn die Netzwerk-Architektur es nicht zulässt, dass ein client-authoritativer Code geschrieben wird. Es sei denn, man überspringt eine Menge Hürden, wie es bei Novanet und QuakeWorld und Half-Life und Source und so weiter der Fall war. Ich sollte auch erwähnen, dass das New World Team zwischen dem Zeitpunkt, an dem ich es gesehen habe und der Auslieferung lange an ihrem Netzwerk-Stack gearbeitet hat. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass es viel besser ist als der Code, den ich damals gesehen habe. Es würde mich nicht wundern, wenn der GameCore Netcode komplett ersetzt wurde. Soweit Jorge Rodriguez mit dem sehr interessanten Beitrag. Klar, da spielt auch so ein bisschen persönliche Erfahrung und Frust mit rein. Ich finde aber durchaus, dass da eine Menge interessanter Informationen drin sind. Zurück also zum Reddit-Eintrag, wo der Threaderöffner schreibt mit Namen XX Cloud 417 Ich bin neugierig, ob einer der CIG-Entwickler in der Lage ist, die Frage zu beantworten oder sogar weiterzuleiten, damit sie von einem eurer Entwickler beantwortet wird. Es scheint so, als ob ein Großteil der Probleme, die New World hat, von der clientseitigen Auflösung her rühren, was, wie der Tweet erwähnt, für ein Online-Spiel im Jahr 2021 verrückt ist. Ich bin jetzt neugierig, wie sich das auf den Entwicklungszyklus von Star Citizen ausgewirkt hat und ich bin auch neugierig, ob CIG die Probleme in der Engine, die im Tweet als Müllhalde beschrieben wird, auch gesehen hat und viele davon behoben hat oder plant, das zu tun. Ich will keine Panikmache betreiben, was die Probleme mit New World angeht, aber wenn CRG erklären würde, was sie getan haben, um die Probleme mit der Engine einzudämmen, würde das wahrscheinlich viele Backer beruhigen, die jetzt auch mit New World zu tun haben. Nicht jeder ist ein Programmierer, also wäre es ziemlich cool, ein wenig Licht in die Sache zu bringen. Dieser Frage hat sich Chad McKinney angenommen, der schreibt als Antwort auf die Frage mit den Problemen in der Engine Wir haben die Komponenten der Netzwerkschicht und der Spielcode Implementierung, die diese alten Probleme haben, längst ersetzt. Dann schreibt er weiter Ich habe die Entwicklung nicht ganz verfolgt, aber wenn ich den Twitter Thread lese, scheint es eher so zu sein, dass sie das Spiel mit entwickeln und gleichzeitig die Engine iterieren. Was ich verstehe, wir haben das gleiche Problem, was zu einem langsameren Fortschritt und zu Kompromissen bei der Qualität und Lieferung führt. Abgesehen davon ist für mich die Kernaussage, dass sie Probleme haben mit der Begrenzung der Shards von New World. Ich gehe davon aus, dass sie nicht mit diesen speziellen Client Problemen zu tun haben, sondern eher mit der Skalierbarkeit ihrer Services und der Persistenz Architektur, die sie größtenteils selbst geschrieben haben müssen, da die CryEngine keine Lösung für diese Art von Problemen bietet. Aber wenn sie Netzwerkprobleme mit der Zustandsreplikation oder Hacking haben, ich weiß es nicht, ich habe das Spiel in den Nachrichten nicht wirklich verfolgt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die in diesem Thread geäußerten Bedenken zu solchen Problemen beitragen oder einfach nur die Ressourcen für die Verbesserung anderer Bereiche einschränken. Und dann trägt er noch nach, okay, ich habe gerade in der Twitter Sphäre die jüngsten Netzwerkprobleme mit New World gesehen und ja, der Twitter Thread macht Sinn, warum sie diese Probleme haben. Wie ich bereits erwähnt habe, ist das jedoch kein Problem für Star Citizen. Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz einsteigen, es wird ja immer sehr viel genölt und kritisiert, warum sie denn alles neu schreiben müssen und das doch alles scheiße ist und verschiebt sich dann immer wieder alles. Ja, weil sie eben nicht die Bestandsengine genommen nutzen, sondern sie haben sie sich genommen und komplett umgeschrieben. Das Ding heißt ja auch nicht Lumberyard Engine, sondern bei CRG intern Star Engine und das ist eben der Grund. Sie haben ein ultra komplexes Vorhaben. Ich wiederhole mich hier und das hat ganz, ganz besondere Anforderungen an den Netcode, an die Engine und da kann man eben kein 0815 Produkt verwenden. Damals im Jahr 2012 war die CryEngine eben das Nonplus Ultra, aber sie war offensichtlich ist sie nicht gut geschrieben worden, wenn ich hier den Tweet richtig verstehe und sie war auch gar nicht dafür ausgelegt eine Multiplayer Umgebung zu verwalten und zu berechnen nicht mal anteilig in dem Sinne oder mit dem Fokus was Star Citizen hier oder CRG auf die Beine stellen möchte mit Star Citizen Ich fand es sehr, sehr interessant von diesen Problemen mit New World zu lesen so ein bisschen so eine Ahnung von den Hintergrund Geschichten zu kriegen und bin beruhigt auf der einen Seite dass CRG die Probleme versteht und sieht aber dass sie auch sagen das kümmert uns nicht weil wir haben diese Probleme längst beseitigt und sind ja auf einem ganz anderen Pfad unterwegs und ich finde das eine wichtige Aussage und sollte uns auch nochmal ein Verständnis dafür geben warum es immer mal wieder etwas länger dauert weil eben hier alles komplett neu entwickelt werden muss anstatt dass man auf bestehendem aufsetzt ja und wo wir gerade über Chad McKinney hier gelesen haben von Chad McKinney nutzen wir das jetzt als Anlass zum GameDev Breakdown Interview zu gehen mit den Zwillingsbrüdern Chad und Curtis McKinney im Interview vom 24. Oktober 2021 Curtis und Chad sind beide Doktoren und haben jüngst ein Indie Studio namens BitRot gegründet beide arbeiten offensichtlich schon seit sehr langer Zeit zusammen und sind in allem was sie tun totale Nerds Anfangs haben sie sich viele Jahre mit Musik beschäftigt und haben verschiedene Musikprojekte gemeinsam durchgeführt tatsächlich haben sie seit der Kindheit seit der fünften Klasse zusammen musiziert wobei beide mit Trompete gestartet sind recht zeitnah sind sie dann aber in die Metal Richtung gegangen und Chad hat sich hier der E-Gitarre verschrieben wohingegen sein Bruder den E-Bass für sich entdeckt hat beide sind in einer Menge Bands aktiv gewesen mit unterschiedlichsten Ausrichtungen nicht nur Metal sondern beispielsweise auch experimentell im Jazz und im Laufe der Jahre hin zu elektronischer Musik man kann also sagen dass sie sich von klassischen Instrumenten in die immer mehr elektronische bis hin zur abstrakten Musik weiterentwickelt haben in diesem Zuge haben sie sich auch immer mehr und intensiver mit Computerspielen beschäftigt und jetzt als nächsten Schritt haben sie ihr eigenes Game Studio gegründet jetzt werdet ihr euch fragen wie Chad das macht neben seinem anspruchsvollen Job bei CRG als Senior Lead Gameplay Engineer nebenbei auch noch weitere Spieleentwicklung Studiogründung und Studioaufbau zu schultern er beantwortet das gleich mit weil ich ungern schlafe er räumt aber auch ein dass es Zeiten bei CRG gab die unglaublich fordernd und zehrend waren insbesondere zu Zeiten vor und nach Release von Alpha 3.0 seitdem aber ist das Unternehmen nicht nur gewachsen sondern erwachsen geworden hat Prozesse definiert und den Crunch dramatisch reduziert so dass er nun Zeit und Kapazitäten hat sich um andere persönliche Ziele zu kümmern Chad sagt er beobachte und thematisiere das Phänomen Crunch in der Branche und ist einer der Treiber dass so etwas bei CRG möglichst nicht oder nur noch sehr selten vorkommt Chad hebt noch einmal hervor dass Star Citizen sich in einer offenen Entwicklung befindet man kann also in die Entwicklung investieren muss aber damit leben dass Game Loops fehlen und dass es eine Menge Fehler und Crashes gibt aber offene Entwicklung heißt vor allem dass die Entwicklung des Spiels nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet sondern dass man vergleichsweise nah die Entwicklung mitverfolgen kann was CRG gerade tut und wie der Entwicklungsstand ist unter dem Strich ist Star Citizen das ambitionierteste Projekt in dem Chad jemals in seinem Leben mitgewirkt hat Curtis hingegen erzählt auf Nachfrage des Interviewers dass er und sein Bruder im Rahmen ihrer Musikprojekte Live-Instrumente mit Aufnahmen von natürlichen Instrumenten und Elektrosounds gemischt haben zu diesem Zweck haben sie eine Audio-Engine programmiert was übrigens das ist was beide auch studiert haben diese Art von Computermusik Zeug wie Curtis es nennt übrigens neben dem Studium von Musik Kompositionen Im Rahmen aber ihres Programmierstudiums haben sie eine Programmiersprache entwickelt die sie Necronomicon genannt haben Stichwort Nerds die inspiriert ist von Lucid Supercollider und Haskell Diese Sprache nutzen sie um Software-Instrumente über reale Instrumente zu steuern Aber wie sah nun der Weg von diesem Punkt ausgehend aus bis hin zur Gründung eines eigenen Game-Studios Curtis erzählt dazu dass es ein durchaus langjähriger Weg gewesen ist der aber seine Wurzeln hat in der Verbindung aus Musik und Computerspielen Tatsächlich haben sie ihre ersten Programmier-G-Versuche mit dem Commodore C64 getan wo sie schnell merkten dass sie mehr machen möchten als nur zu spielen Allerdings wurde auch ihnen diese Programmier- Versuche schnell langweilig und außerdem kam ihnen die Musik dazwischen für die sie so viel Leidenschaft entwickelten dass sie geradezu besessen übten Curtis spricht hier von bis zu 14 Stunden am Tag dabei hatten sie keine Lehrer sondern haben sich alles selbst und gegenseitig beigebracht nach dem vorhin bereits beschriebenen langen Weg der Musik studierten sie Musik Komposition und sie merkten dass sie noch viel mehr machen könnten aber alleine oder zu zweit nicht konnten und die Lösung dieses Problems fanden sie in Computern also stürzen sie sich wieder darauf mit dem Ziel etwas zu programmieren was ihnen beim Komponieren experimenteller Musik und der Kreierung sehr hoch entwickelter Software Instrumente hilft in Verbindung mit auch der entsprechenden Visualisierung weshalb sie nicht nur Programmiersprachen wie C++ lernten sondern auch 3D Programmierung bis sie an einen Punkt kamen an dem sie realisierten Moment mal wir haben gerade gelernt wie man Computerspiele programmiert vielleicht sollten wir das mal ausprobieren also haben sie sich nach ihrem Studium und dem Master in elektronischer Musik der Computerspiel Industrie zugewandt das war allerdings zu der Zeit der großen globalen Bankenkrise weshalb sie dann weiter studierten promovierten und ihre Dissertation über die technologischen Aspekte der Musik schrieben Ihr avisiertes Ziel war die Ermöglichung einer kollaborativen interaktiven 3D-Umgebung zur Durchführung von Live Performance Acts Nach Erlangung des Doktortitels und dem Abschluss ihrer Studien stellte sich natürlich die Frage der weiteren Karriere und es war natürlich offensichtlich dass ihre Zukunft in der Gaming Branche lag hier Hier haben Ich Ich zitiere mit mit der fraktalen mathematischen Unterteilung der Musik zu tun hat die inhärente mathematische Struktur sowohl im Bereich der Tonhöhen als auch im Bereich der Harmonien und Rhythmen Diese Äußerung finde ich insofern interessant als dass sich auch Pedro Camacho mal in ähnlicher Weise geäußert hat dass Musik zwar Kreativität und Seele sind aber letztendlich trotz allem Musik nur eine Art Mathematik ist Ja und das erste Spiel von Chad und Curtis heißt Recursive Ruin Ein surreales erzählerisches Ego-Puzzle-Game über einen verzweifelten Künstler auf der Suche nach einem Sinn Im Grunde so erzählt es Curtis eine in sich verschachtelte Welt in der der Spieler einer Geschichte folgend Rätsel löst um einen Sinn zu finden Wie Twin Peaks in einer Matroschka Tiefer möchte ich das hier jetzt nicht betrachten Wer Interesse hat kann sich gerne das Interview und die durchaus faszinierenden Ausführungen der McKinney Brüder und ihre recht abstrakte Spielidee anhören und auch die Reise hinsichtlich der Finanzierung und der Suche nach einem Publisher Aber hier geht es ja um Star Citizen und deswegen möchte ich es dabei bleiben lassen Ich fand das persönlich sehr sehr interessant die Geschichte woher einer der ja Kernentwickler von CIG die kommt was seine Geschichte ist und deswegen habe ich den Anlass dieses Interviews genommen um euch das mal zu übersetzen Dann würde ich sagen gehen wir jetzt weiter zum Inside Star Citizen zum letzten Teil dieses Videos Während andere Spiele das Sammeln von Ressourcen in verschiedenen Formen bieten wie zum Beispiel das Mining muss das nicht bedeuten dass es zwingend Spaß bereitet Aber genau genau das war schon immer das Ziel von CIG bei der Entwicklung ihrer Gameplay Loops Sie müssen Spaß machen Jeder Teil von ihnen muss Laune machen Es muss eine Herausforderung sein Es muss ein Risiko enthalten Es muss die Wahrscheinlichkeit bestehen dass es nicht so endet wie ursprünglich beabsichtigt Als Thorsten Leimann mit Freunden im Aaron Belt unterwegs war um Quantanium zu schürfen da war es ihnen nicht möglich die großen Asteroiden zu knacken Die bekamen nicht mal einen Kratzer In den vorherigen Updates hat CIG mehr und mehr Tools entwickelt um das Mining Gameplay zu diversifizieren und herausfordernder zu gestalten Als Spielerlebnis fokussierte ergab es sich aber dass die Singleplayer mit ihren Prospectors keine Möglichkeiten mehr hatten die großen Brocken zu knacken CIG erkannte dass sie diese Gameplay Lücke wieder schließen mussten Allerdings musste das einen Preis haben und zwar den Preis eines höheren Risikos und das führte zur Idee des Mining Gadgets Das Mining Gadget ermöglicht es auch Einzelspielern die super harten Gesteinsbrocken zu knacken Das erwähnte Risiko aber besteht darin dass man den Schutz seines Raumschiffs verlassen muss Aktuell gibt es sechs verschiedene Arten von Mining Gadgets zum einen wäre da der Bohr Max zur Widerstandsreduktion Sabir zur Instabilitätsverschiebung was eine Mischung ist aus Widerstandsreduktion und Vergrößerung des optimalen Ladefensters die Okunis 1 zur Instabilitätsreduktion und optimalen Erhöhung und einer moderaten Widerstandsreduktion sowie OptiMax zur optimalen Erhöhung des Fensters und optimalen Erhöhung der Ladegeschwindigkeit Man nimmt sich also solch ein Gadget verlässt sein Raumschiff und platziert das Device auf dem Gesteinsbrocken Der Einrichtungsvorgang selbst ist ein kleines Puzzle ein Minigame Man muss ein paar Schieberegler bedienen die Wellenform einstellen und dann die Einstellungen bestätigen Nach Bestätigung fängt das Device an Rot zu blinken und zeigt so an dass es aktiviert ist Anschließend geht man zurück zu seiner Prospector und startet den Mining Prozess Wenn der Gesteinsbrocken dann aufgebrochen wurde hat das Gadget seinen Dienst getan und ist somit verloren Die Animationen hier sind noch Platzhalter da gibt es noch jede Menge Arbeit zu tun Das Mining Gameplay möchte man jetzt auf das nächste Level heben und das mobile Raffinieren von Erzen anbieten Das soll fürs erste den Gameplay Loop des Mining mit Alpha 3 16 abrunden und abschließen Als nächstes geht's zum Sprint Report Starten tun wir diesmal mit In-Game Marken Logos Hier wurde ein finaler Durchlauf für die Mercenary Guild abgeschlossen Als nach dem ersten Kontakt der Menschheit mit den Chian und dem anschließenden Krieg mit den Tevarin einige der größten Söldner Gilden sich begann ihre Erfolgsgeschichte Seitdem helfen sie ihren Mitgliedern vor betrügerischen Unternehmen und schützen ihre Rechte im UII-Raum zu operieren Dies hier sind die ersten Optionen für eine mögliche Implementierung dieser Logos ins World Weiter geht's mit der Drake Vulture das Einstiegs Salvage Schiff das im Laufe des nächsten Jahres seinen Weg ins Star Citizen Universum finden wird Aktuell in der Greybox Phase versucht das Team so viele Drake spezifische Elemente wie möglich an und in dem Schiff unter zu bringen einem Hersteller dessen Schiffen ein industrieller kantiger Look innewohnt Wir werden dieses Schiff im Laufe der nächsten Monate sicherlich weiter auf dem Weg durch die Produktions Pipeline begleiten weiter weiter geht's mit dem Charakter Team die haben die Texturensets für eine Anzahl der Avatar Köpfe aktualisiert die Verbesserungen sind eher subtil aber nichts desto trotz werden sie sichtbare Veränderungen für ein realistischeres Aussehen aufweisen diese Verbesserungen werden sobald sie fertiggestellt sind auch im Charakter Customizer zur Verfügung stehen und falls ihr euch wundert dass bei einigen Köpfen die Augenbrauen fehlen nun das hat den Grund dass das Team anpassbare Augenbrauen integrieren wird die dann dementsprechend nicht mehr fest in die Textur eingebacken sondern nach Belieben veränderbar sind wie alles was wir im Inside Star Citizen sehen sind auch diese Bilder hier Arbeits Zwischenstände und spiegeln nicht das finale Ergebnis wieder Hier sieht man wie die Gesichter auch mit Gesichtsbehaarung Narben und Haut Unreinheiten aussehen werden um das bestmögliche glaubwürdigste Aussehen zu erzielen bleiben wir beim Character Team und werfen einen Blick auf die neueste Rüstung die ins Spiel kommen wird die Queerness Tech Medium Armour werden und die haben Untertitelung. BR 2018 Wo ihr diese Rüstung finden könnt? Nun, versucht es mal bei Hurston Security. Und bevor ihr fragt, ja, die können gelutet werden. Diejenigen von euch, die die Pyro-Präsentation zur diesjährigen CitizenCon angeschaut haben oder das Star Citizen Live mit Josh van Suelen, wo es einen tieferen Einblick zum selben Thema gab, nämlich dem Produktions- und Designprozess der Autoraumstationen, beziehungsweise dann auch den Innenbereichen, denen dürfte aufgefallen sein, dass Graffiti einen zentralen Teil des Designs darstellt. Mit diesen Elementen markieren sozusagen die Gangs ihre Territorien und zeigen, wer in diesem Teil einer Raumstation das Sagen hat. Hier sehen wir erste Entwürfe der besagten Outlaw-Graffitis, anhand derer getestet wird, was funktioniert, wie es auch auf die Spieler wirkt und ob oder ob nicht es die vom Lore-Team entworfenen Gesellschaftsaspekte der jeweiligen Outlaw-Gang trifft. Und wie gesagt, wer hier einen tieferen Blick in den Erstellungsprozess werfen möchte, kann sich gerne das Star Citizen Live mit Designer Josh van Suelen angucken. Ich binde euch den Link hier rechts oben ein. Zum Original-Video übersetzt habe ich das an der Stelle nicht. Und wo wir über das Innendesign der Outlaw-Raumstationen sprechen, auch das Außendesign befindet sich weiter in der Erforschungsphase. Hier steht vor allem im Fokus, wie man Struktur und Layout von den existierenden Stanton-Stationen visuell deutlich absetzen kann. Das hier sind Konzeptzeichnungen zur Entwicklung von weiterführenden Ideen. Heißt, dass es nicht zwingend die Stationsdesigns sind, die wir später in Pyro finden werden. Die meisten der früheren Konzepte, ganz gleich ob Character, Feature, Schiff oder Station, werden nie ihren Weg in die Umsetzung oder gar Implementierung finden. Und auch, wie die hier zu sehende Nummer 1, werden Entwürfe womöglich einen ganz anderen Einsatzort finden, als der, für den sie ursprünglich angedacht waren. Aber so funktioniert der Prozess. Welcher oder welche von beiden ins Pyro-System einziehen wird, das wird immer auf dieselbe Weise entschieden. Wir werden diese Reise begleiten, zusammen mit jedem Aspekt des Sternensystems, von heute an hinein in die Datenströme des Persistent Universe. Es gab ja noch ein interessantes Roadmap-Update für 3.16, 3.17, 3.18, halt die nächsten drei Quartale. Da ist ja einiges rausgeflogen. Der Motorentausch für die Origin M50, die dynamische Türausrichtung, das Dynamic Door Alignment, was ich für ganz wichtig halte, was ja dafür sorgt, dass man übergangslos, also ohne Probleme, auf die Rampen der Raumschiffe fahren oder gehen kann. Warum das runtergeflogen ist, lässt sich schwer sagen. Solche Sachen wie das Rutschen von Spielern, das Hinlegen, die physikalisierte Waffenhandhabung, das sind ja auch alles Sachen, die für Squadron 42 eigentlich nötig sind. Und der Schiffsschild-Emitter, ja, alles im Prinzip ganz wichtige Themen, wo ich mich jetzt natürlich frage, wo sind die geblieben, wann werden sie wieder raufkommen. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das wirklich übergangsweise ist und dass wir die im ersten, spätestens im zweiten Quartal auf der Roadmap wiederfinden werden, weil, wie gesagt, das sind ja auch wichtige Themen, die für Squadron 42 wichtig sind. Und das soll jetzt ja auch ganz mit großer Kraft nach vorne getrieben werden. Und hierzu, wir wissen es, ich habe es erwähnt, Chris Roberts nimmt seine Familie, zieht nach England, um dort die Fertigstellung von Squadron 42 voranzutreiben. Jetzt zieht er seinen besten Mann, den Rich Tyra, auch mit rein in dieses Team, weil das alleroberste Priorität hat. Und es ist völlig egal, wie wir das betrachten, diese Entwicklung, Star Citizen wird immer hinten anstehen. Wobei natürlich viele Aspekte, Gameplay-Aspekte und auch technische Aspekte sind natürlich auch für Star Citizen wichtig und nicht nur wichtig und integraler Bestandteil, sondern Star Citizen ist hier das ideale Testumfeld, um zu sehen, ob denn das, was sie dort entwickelt haben, überhaupt funktioniert, bevor sie es dann für Squadron 42 verwenden. Also insofern, trotz allem nicht ganz unwichtig und trotz allem werden wir unser Schärflein abbekommen an Gameplay-Elementen und Erneuerungen. Aber wie gesagt, diese Sachen hier, die sind runtergenommen worden. Ich gehe davon aus, dass sie zeitnah wieder drauf kommen werden auf die Roadmap. Ja, was bleibt uns dann in 3.16? Noch jetzt im Dezember natürlich die Kopftexturen, wie wir es gerade gesehen haben, werden aktualisiert. Wir kriegen Schiffswracks, das finde ich ganz nett. Kann man gemeinsam mit anderen Leuten ein bisschen erkunden gehen. Ich denke, das ist ein Thema, was man nicht alleine machen sollte. Dazu gibt es auch die Lasertrip-Mines für die Fallen und kleinen Rätsel. Das Graf-Lev-System, die Graf-Lev-Physics erfährt eine Überarbeitung, finde ich ganz spannend. Ja, und die HAL-C kommt ins Verse, wo ich mich immer noch frage, ob das Sinn macht, so einen großen Frachter in das Spiel zu bringen, wo wir immer noch nicht mal am Horizont Pyro haben. Und gerade die HAL-C macht eigentlich nur Sinn, wenn man wirklich weitere Strecken überbrücken kann. Aber gut, das wird alles seinen Sinn haben an der Stelle. Ja, Salvaging hat sich verschoben, hat ja einen großen Aufschrei gegeben. Ich glaube, dass das wirklich getauscht worden ist, um diesen Gameplay-Loop des Minings einfach weiter zu kompletieren, zu vervollständigen, wie sie es uns auch gerade im Inside Star Citizen erzählt haben. Plus, die Fertigstellung der Vulture wird wahrscheinlich länger dauern. Das ist ja dann quasi das Testbett, das Testfahrzeug, um zu prüfen, ob und wie das Salvaging überhaupt funktioniert, bevor man sich dann an die mächtige Reclaimer macht. Das ist ja wirklich ein Monstrum von einem Schiff, hochgradig komplex. Und da müssen sie, also wenn da was falsch läuft, dann ist es einfach unglaublich aufwendig, das wieder zu ändern. Und deswegen auch hier wieder eigentlich eine vernünftige und sinnvolle Strategie, zuerst im Kleinen das anzufangen, das Salvaging und dann weiter nach oben zu entwickeln. Plus, das möchte ich auch einfach nochmal erwähnen, das Salvage Tier Zero Tech, wie es auf der Roadmap stand, Das war nur die zugrunde liegende Technik. Ich würde fast sagen, Backend Tech, das war nicht das Gameplay Element. Das hatten sie nämlich sowieso erst für das nächste Jahr avisiert. Das heißt, im Grunde genommen haben wir eigentlich gar nichts verloren. Und das erwähnen sie hier auch, dass der Begriff Salvage Tier Zero Tech jetzt nicht mehr existiert, sondern jetzt heißt es Salvage Tier Zero. Das heißt, es kommen die Technik als auch das Gameplay Element zusammen dann ins Spiel. Und deswegen im Grunde genommen habe ich kein Problem damit, dass das verschwunden ist, weil es hätte uns sowieso keinen Mehrwert gebracht. Das hat er bloß gestanden, weil sie daran arbeiten und vielleicht auch, weil sie uns ein bisschen hypen wollten an der Stelle. Aber ich fand das von vornherein ein wenig unglücklich, dass sie dann auch die Reclaimer dort als Platzhalter-Build dort gesetzt haben, als Thumbnail, weil die Reclaimer hatte so null damit zu tun. Und ich glaube, das hat für ganz viele Missverständnisse gesorgt an der Community. Und deswegen kriegt CRG auch ein bisschen zu Recht mal wieder negatives Feedback, weil sie das einfach bewusst oder unbewusst unglücklich kommuniziert haben hier über die Roadmap. Ja, die Gadgets kommen in 3.16. Gut, da ich mich nicht für das Mining großartig interessiere, sagt mir das nichts. Ich bin gespannt auf das Feedback, was die Mining-Fans von euch zu diesem Thema sagen. Die Schiff-zu-Schiff-Betankung finde ich ganz spannend. Und dass sie die Starfarer jetzt kurzfristig dann auch noch als Raffinerie-Chef umgefleckt haben, also mit einer Raffinierungsmechanik versehen. Hm, ich verstehe die Intention dahinter. Ich weiß halt nicht, ich bin der Meinung, dass sie gar nicht dediziert für das Raffinieren von Erzen designt wurde. Also ich kann mir vorstellen, und so verstehe ich das im Moment auch, dass das nur eine Übergangslösung ist, bis es dann irgendwann ein dediziertes Raffinierungsschiff gibt. Und dann ist die Starfarer wieder das, was sie ist, nämlich ein Schiff zum Aufnehmen von Gasen und dann zum Umraffinieren dieser Gase in Treibstoff. Aber die waren nie dafür gedacht, Erze zu raffinieren, zu veredeln. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber das hat mich überrascht heute im Inside Star Citizen. Kann auch sein, dass ihr sagt, ja, wieso, die ist schon von Anfang an dafür gedacht gewesen, Erze zu veredeln. Wie gesagt, ich bin mir da unsicher. Ich hätte jetzt gesagt, nein, aber vielleicht liege ich da ja auch falsch. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, das interessiert mich. Ja, was gibt es noch? Die Möglichkeit dann in 3.17, also im ersten Quartal nächsten Jahres, dann Gegenstände in Geschäften zu verkaufen, finde ich gut. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was uns erwartet. Dann hat mich der Gute-Zeig-Shot angesprochen, ob wir uns treffen wollen für einen Jahresrückblick-Stream. Auf jeden Fall habe ich riesig Lust drauf. Das kommt dann also, ja, irgendwann Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres. Karolinger hat Mitch und Danny und mich eingeladen am 23.11. zum International Aerospace Expo Stream, zum Besprechen dessen, was wir dort erlebt haben, Erwartungen, Eindrücke und so weiter. Freue ich mich sehr drauf. Und eine News ist es vielleicht auch noch wert, dass CIG offiziell die Zusammenarbeit mit GameGlass angekündigt hat. Den Link packe ich euch auch in die Videobeschreibung rein. Mit GameGlass könnt ihr über ein Tablet oder auch ein Handy, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt, die Steuerung visuell eures Raumschiffes vornehmen. Aber Achtung, das ist noch keine API, die GameGlass dort zur Verfügung steht. Das heißt, man kann nur Befehle geben über GameGlass. Man kriegt aber keinen Schiffszustand zurück, soweit mir das bekannt ist. Das Ganze kann man sich entweder als freien Account dann gestalten. Da sind dann zwei Shards mit enthalten und weitere kann man sich dazu kaufen für geringes Geld. 2-3 Dollar meine ich die Ecke. Oder man bucht einen Premium Pass pro Jahr. Das kostet im Regelfall 43 Dollar. Aktuell ist es gerade rabattiert auf 35 Dollar. Da sind dann eben alle Shards enthalten. Muss man sich ausrechnen, was einem besser gefällt, was mehr Sinn macht an der Stelle. Klickt euch da mal durch. Wie gesagt, das ist hier verlinkt und beschrieben. Und ich denke mal, in der Zukunft wird es da noch mehr Shards geben. Und vielleicht dann auch eine API, dass man nicht nur Befehle geben kann, sondern eben auch ein entsprechendes Feedback vom Schiff bekommt. So und ganz zum Schluss, da kam doch sozusagen mit Produktionsende des Videos noch eine News, eine ganz spannende News von CRG reingeflattert, von guten Ulf. Und zwar wird es eine Anti-Cheat-Software geben ab Alpha 3.15.1, also dem nächsten Sub-Patch. Ulf schreibt dazu, hallo zusammen, mit der Veröffentlichung der Alpha Version 3.15.1 im Laufe des Monats werden wir die erste Phase der Einführung von Easy Anti-Cheat EAC für Star Citizen einleiten. Easy Anti-Cheat, easy anti, also leichtes Anti-Cheat, easy anti-Cheat, ist ein Anti-Cheat-Service, der von zahlreichen beliebten Spielen genutzt wird. Viele davon habt ihr wahrscheinlich schon gespielt, um Cheats und die Verwendung von unautorisierter Drittanbieter-Software in Multiplayer-PC-Spielen zu verhindern. Mehr Informationen über Easy Anti-Cheat findest du hier, www.easy.ac. Die Verwendung von potenziell schädlicher Software, einschließlich Cheats, in unserem Spiel zu verhindern, ist eines unserer wichtigsten Ziele, um ein unterhaltsames und faires Multiplayer-Erlebnis für alle zu schaffen. Daher kann es vorkommen, dass du eine Fehlermeldung erhältst, die dich entweder aus dem Spiel wirft oder den Start des Spiels verhindert, weil unerlaubte Änderungen an deinen Spieldateien festgestellt wurden. Wir sind uns bewusst, dass einige Spieler, Spielerinnen modifizierte Dateien verwenden, um ihr Spielerlebnis zu verbessern, zum Beispiel durch Änderungen an der Benutzeroberfläche, Lokalisierung, zusätzliche Sprachunterstützung und mehr. Wir möchten euch frühzeitig darauf hinweisen, dass EAC die meisten dieser Mods zunächst blockieren wird, was dazu führt, dass ihr das Spiel nicht starten könnt, bis die modifizierten Dateien aus eurem lokalen Download entfernt sind. Die Leidenschaft und Kreativität der Star Citizen Community kennt jedoch keine Grenzen und einige der laufenden Projekte sind wirklich bemerkenswert, vor allem im Bereich der Lokalisierung. Es kann sein, dass diese Mods mit 3.15.1 nicht funktionieren, aber wir prüfen bereits, wie ein Mod Approval Programm aussehen könnte, mit dem Mods nach einer umfangreichen Kompatibilitäts- und Sicherheitsprüfung von unserer Seite auf die Whitelist gesetzt werden können. Wir sind noch nicht so weit, uns darauf festzulegen, aber wir haben uns bereits mit einigen Mod-Erstellern in Verbindung gesetzt und prüfen derzeit die Möglichkeiten und werden bald darüber berichten. Zu guter Letzt ist es wichtig zu erwähnen, dass dies unsere erste richtige Implementierung von Anti-Cheat ist, was bedeutet, dass es noch einige Probleme geben kann und der Service mit der Zeit immer stabiler wird, robuster wird. Wir ermutigen euch, euer Feedback in unserem speziellen Feedback-Thread zu teilen, den wir veröffentlichen werden, sobald der Anti-Cheat live geht. Mit der Veröffentlichung der Alpha 3.15.1 im Laufe dieses Monats werden wir die erste Phase unseres Easy Anti-Cheat EAC-Rollouts für Star Citizen einleiten. Wir wollten die Spieler vorab darüber informieren, was passiert, wenn dies geschieht. Und analog zu dem Eintrag hier auf Spektrum gibt es auch einen Frequently Asked Questions Eintrag, also in der FAQ-Sektion von Star Citizen oder CRG besser gesagt. Da steht im Grunde genommen derselbe Text nochmal. Nicht nur im Grunde genommen, sondern wenn ich das jetzt gerade lese, ist es exakt derselbe Text. Genau, ganz interessant, wie ich finde und durchaus einen separaten Hinweis wert. Deswegen habe ich mich gerade nochmal hier in meine Sprecherbox hier begeben, um euch nochmal darauf hinzuweisen, dass es dieses EAC, dieses Easy Anti-Cheat geben wird. Und da bin ich mal gespannt drauf, was die Community dazu sagt. Die einen finden es gut, die anderen schlecht. Es zeigt, dass CRG, das sehr, sehr wichtig ist, dieses Thema, dass eben den potenziellen Schumlern, nenne ich sie mal, und denen, die sich ihr Spielerlebnis verbessern wollen, in welche Richtung auch immer, weil sie es einfach haben wollen, weil sie mehr Leute abschießen wollen, wie auch immer, dass sie diesen Citizens das Leben schwer machen möchten. Und wir können davon ausgehen, wenn diese Leute eben, diese Citizens, dennoch Mittel und Wege finden werden. Und es gibt immer Mittel und Wege, irgendwas zu verändern und zu manipulieren. Und CRG merkt das, dann wird das zu einem Ban führen, also dass der Account dann auch dicht gemacht wird. Entweder über eine Zeit, sagen wir mal ein paar Monate, ein paar Jahre oder für immer. Ich denke, da sind sie relativ stringent und strikt, was das betrifft, dieses Thema. Dann haben wir Dienstag, wieder die Verse Night. Nachdem sie im Oktober ausgefallen ist, starten wir wieder durch. Dienstag um 20.30 Uhr geht es los und wir freuen uns sehr auf Perak Gaming, auf Boreas TV und auf Dinos Gillow. Zusammen mit interessanten Diskussionen und chilliger Musik, ausgesucht von Mitch van Heiden und Dani. Unser Chatbot ist natürlich auch wieder mit dabei, freue ich mich schon sehr drauf. Dann würde ich sagen, schließen wir für heute mit diesem Video. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich an meine Unterstützer auf tipi.com, die dort mit dem einen oder anderen Euro ihr Dankeschön dalassen. Für die viele Arbeit, die in die Videos reinfließt, freue ich mich sehr drüber. Ich finanziere mir davon gerade eine Sprecherfortbildung über die nächsten Wochen. Und das ist mir eben nur möglich durch die finanzielle Unterstützung, durch das Dankeschön der Tipi-Indianer, wie ich sie nenne. Und an der einen oder anderen Stelle bekommen sie dann auch die Videos, wenn sie fertig sind und das ein oder andere Sondervideo dann dazu, wenn ich Zeit und Gelegenheit habe. Ganz, ganz lieben Dank an euch alle. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine interessante Zeit mit diesem heute wieder sehr umfangreichen Video. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das zu entwickeln, zu schreiben. Ich freue mich über euren Daumen hoch, über euer Abo und über eure Kommentare. Wünsche euch weiterhin, trotz aller Fehler, viel, viel Spaß im Star Citizen Universum. Ich denke, wir haben eine Durststrecke hinter uns, was die Entwicklung betrifft. Und nächstes Jahr würde ich vermuten, dass es mit Squadron 42 einfach mehr Fahrt aufnimmt, dass wir da ab Mitte des Jahres auch mehr Informationen, frequentere Informationen erhalten. Ich bin mordsgespannt auf die Gamescom. Aber all das werden wir dann im Jahresrückblick-Stream mit PsychShot besprechen. Und ja, bis dahin gibt es auch noch sicherlich das ein oder andere Video. Also, alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. ZDF-Modern 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020